Ganz klar muss man sehen, dass vor allem die grossen historischen Städte fast wie im 19. Jahrhundert wieder zu Repräsentationsräumen werden. Warum? Sie ziehen sehr viele mehr Menschen an, sie ziehen viel mehr Touristen an. Also es ist mehr Druck da, hier in der Innenstadt Erlebnisdichte zu schaffen. Ganz klar, am meisten Zukunft haben, was wir nicht gedacht haben noch vor zehn oder fünf Jahren, die sehr kleinen Formate. Wir können heute auch dank Technologie immer kleinere Formate profitabel betreiben. Da wird natürlich nebst der Gastronomie, vor allem auch mit der Demografie, die Gesundheitsdienstleistung, die Wellnessdienstleistung, die Beautydienstleistung eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen auch, wie wir das in der Handelstagung dann präsent haben werden, ein Beispiel von der Stadt Paris, wo man versuchen muss, einzelne Quartiere so zu beleben, dass man wohnen, aber gleichzeitig traditionellen Handel hat. Sprich, denn die grossen Marken, die filialisierten Händler, aber auch diejenigen, die sonst eben keine Chance mehr haben, weil sie die Miete nicht bezahlen können. Einfach weil der Mix letztendlich für die Kundinnen und Kunden am interessantesten ist. Was ist die Frage für die Kunden? Wir haben eine langfristige Tendenz, die Menschen sind bequemer geworden. Man gewöhnt sich an online, dass man die Ware schnell und möglichst eben auch noch sogar am heutigen Tag, am Bestelltag, zur Verfügung hat. In den innenstädtischen Lagen muss man sich immer fragen, wo sind intelligent platzierte Zwischenlager? Wann ist die ideale Zeit, damit man nicht den Verkehr stört? Was machen wir mit dem E-Bike oder einfach sonst mit dem Bike? Was machen wir mit dem Elektroauto? Was machen wir mit alternativen Mobilitätsträgern? In der Tat ist es so, dass der Händler immer mehr die Hoheit über den Umgang mit den Konsumentinnen und Konsumenten verliert. Man muss nur die Touchpoints anschauen, welche beherrscht der Handel noch? Wo hat er überhaupt noch seinen Fuss oder seine Hände drin? Zahlungssysteme sind so ein Beispiel. Und das Zweite ist natürlich die Customer Journeys. Wenn man die anschaut, sieht man mit einem gewissen Schrecken, der Handel hat an Macht verloren. Sicherlich kann man sagen, wenn er physisch von Mensch zu Mensch die Chance hat, mit den Menschen zu interagieren, sollte er diese Chance am besten nutzen. Nicht nur mit einem Lächeln, sondern mit Kompetenz, mit Aufrichtigkeit und Authentizität. Warum soll man zu Handelstagen kommen? Ja, warum soll man zu Handelstagen kommen? Ich kann nur den alten Satz von Gottlieb Duttweiler wiederholen. Training des Geistes und Pflege der Gemeinschaft. Beides haben wir dringend nötig. Untertitelung des Geistes und Pflege der Gemeinschaft. Beide tasted sich è einfach. антs Untertitelung des ZDF, 2020